Am Freitagnachmittag, den 21. Juli, wurde von der Stadtpolizei Zürich im Kreis 5 ein Mann und sein Fahrzeug kontrolliert. Bei dieser Kontrolle wurden sechs teilweise vernachlässigte Hunde von den Einsatzkräften entdeckt. Der Mann wird nun wegen Tierschutzvergehen angezeigt. Kurz vor 13.30 Uhr befand sich eine Polizistin auf einer Baustelle, um eine Nachkontrolle durchzuführen. Dort bemerkte sie ein Fahrzeug mit Anhänger, welches ordnungswidrig parkiert war. Als die Polizistin den Fahrzeuglenker darauf ansprach, zeigte er sich uneinsichtig. Daraufhin entschied sich die Polizistin, den Mann zusammen mit der eingetroffenen Verstärkung einer Kontrolle zu unterziehen. Während dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann von der Polizei gesucht wurde. Das Fahrzeug und der Anhänger wurden daraufhin genau unter die Lupe genommen, wobei die Einsatzkräfte die sechs teilweise stark vernachlässigten Hunde entdeckten. Die Hunde wurden vom Veterinäramt beschlagnahmt und dem herbeigerufenen Tierrettungsdienst übergeben.